Das war mein nächstes Ziel. Bist du da oben? Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist... Mateo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Mateos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Während Mateo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschanken, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten. Dat gibt uns die Anhand. Ziehen Sie bitte. Beidegann, Beidegann! десяweit! Anzi, ans decree! Was ist das? Oh, come on. Das war's für heute. Was ist das? Ich bin gesichtet. Wo ist der Dach? Auf die Attacke! Auf die Atte kommt! Auf die Atte kommt! Auf die Atte kommt! Das war's. Was ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, als erledigt! Was ist das? Halt! Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Die Kirche! Hör auf jeden Fall! Hör auf jeden Fall! Hör auf jeden Fall! Hör auf jeden Fall! Sie haben ihn nicht bereitgestellt! Hör auf jeden Fall! Hilfe! Hilfe! Hör auf jeden Fall! Da war dieses Artilleriegeschütz, das auf Matthäus Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Ich bin tot, ich bin ein Erroer. Ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ja! Ich hab ihn! Was ist das? Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Halt mir den Rücken frei! Geht aus! 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 Was ist das? 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 Was? Da hat… Da hat man… Da hat er eine Warnung! Es gab nur einen Weg meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Was ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf geht's! Sei in azione! Avanti, carica! Achter, achter! Avanti, tutti pronti! Ognuno fa la propria sezione! Non fermiamoci! Stiamo agli addosso! Pronti, in azione! Stiamo agli addosso! Posso esplendere! Un piede avanti! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Entschuldigung! Posso sfondare le loro difese! Mantegli! ...alta la pressione! Non diamogli respiro! Porta! Andiamo! Andiamo! Addosso a quei vantardi! Peghiamoci avanti! Noi! 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 No! Noi! 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 So il carica! Addosso! 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 Non lasciamo gli scappo! interpreta il harina! Untertitelung des ZDF für funk, 2017